Es ist wohl soweit, denn der erste richtige große Patch für die Star Wars Battlefront Classic Collection kommt, beziehungsweise der ist schon gekommen, allerdings nur am PC. Denn die Konsolenversionen, die müssen sich wohl leider noch ein bisschen gedulden, denn dort durchläuft das Ganze immer noch eine Art Zertifizierungsprozess. Das heißt dann Sony, Microsoft oder dementsprechend Nintendo müssen dann immer noch grünes Licht geben für so ein Update, bevor man sowas dann zur Verfügung stellen kann und dann halt auch runterladen kann. Dieser Zertifizierungsprozess ist deswegen halt da gerade noch im Gange, das heißt der Patch kommt dort normalerweise halt eigentlich in den nächsten paar Tagen, beziehungsweise eventuell sogar relativ bald jetzt nach diesem Video. Aber auf dem PC ist das Ganze wie gesagt schon verfügbar und das ist wahrscheinlich auch ganz gut so, denn die PC-Version soll wohl wirklich auch einen Haufen an Bugs und Fehlern haben, die es so auf der Konsolenversion nicht gibt und ja, das vermischt sich irgendwo, von daher ich werde einfach mal so ein bisschen diese Liste jetzt durchgehen. Die ist sehr lang und ausführlich, daher ich gehe jetzt nicht wirklich alle Kleinigkeiten durch, wenn dann gesagt wird, hier auf Kamino wurde folgende Textur geändert oder so, das fasse ich dann quasi einfach mal so ein bisschen zusammen. Wenn ihr denn Lust habt, die gesamten Patchnotes euch durchzuschauen, dann schaut das mal gerne an, die sind in der Beschreibung verlinkt. Ich gehe hier halt wie gesagt auf die größten Veränderungen halt ein und wie gesagt, einige davon sind sowieso Fehler, die nur auf der PC-Version passiert sind. Fangen wir erst einmal mit dem ärgerlichsten Fehler an, denn am PC gab es wohl einen Fehler, dass Cutscenes beim Spielen der Kampagne komplett gefehlt haben. Der Fehler wurde halt jetzt wie gesagt behoben und das ist auch ganz gut, denn die Cutscenes sind da so ein bisschen mit so einem Voice-Over und erklären dann halt auch die Geschichte und ja, ist super ärgerlich, wenn dann solche Sequenzen fehlen, dass man dann die Story irgendwie gar nicht richtig mitbekommt. Ansonsten gibt es jetzt die Möglichkeit, die Y-Achse umzustellen und das ist auch so ein Ding, das ist mir auch schon aufgefallen. Das heißt, wenn man nach oben lenkt, dass man dann halt quasi runterschaut oder halt eben umgekehrt, je nachdem, wie man das gerne einstellen möchte und da habe ich auf jeden Fall richtig Probleme, wenn man das beim Fliegen irgendwie nicht richtig einstellen kann, weil ja, da komme ich auf jeden Fall immer ganz schnell mal durcheinander. Von daher eine gute Sache, dass das reinkommt. Ansonsten gab es wohl einen Fehler, dass man bei galaktischer Eroberung die freigeschalteten Boni nicht korrekt auswählen konnte. Das wurde dann jetzt auch gefixt. Abgesehen davon gab es noch eine Balancing-Änderung und zwar für Acai Ventress. Leider steht da jetzt nicht genau dabei, was geändert wurde. Also wissen wir jetzt nicht wirklich, ob die dadurch jetzt stärker oder schlechter gemacht wurde. Jedoch halt, dass sie halt dementsprechend irgendwo angepasst wurde. Und ansonsten kommen wir jetzt halt zu den ganzen Allgemeinverbesserungen. Die, wie gesagt, fasse ich jetzt zusammen, denn da sind diverse Sachen aufgezählt. Ganz viele Sachen, die zu irgendwelchen Crashes führen. Ganz viele Sachen, die zu irgendwelchen Problemen im Multiplayer führen. Wie schon gesagt, dieses Problem, dass man die Server nicht richtig finden kann, das soll alles dadurch deutlich verbessert werden. Ansonsten auch ganz viele visuelle Verbesserungen. Beispielsweise gibt es ganz viele UI-Elemente, die sich dann irgendwo überlappt haben oder nicht korrekt angepasst wurden auf die neue Bildschirmauflösung. Ein ganz prominentes Beispiel dafür wären die Fadenkreuze. Die waren teilweise noch in der 4 zu 3 Auflösung angepasst, wird auf diese 16 zu 9 4K Auflösung angepasst, dass das dann halt eben nicht gestaucht oder gestreckt oder irgendwie ganz komisch aussieht bei diesen ganzen UI-Anzeigen. Ansonsten, wie schon gesagt, ganz viele Texturen wurden verbessert, ganz viele Lichtquellen wurden verbessert. Das heißt, die grafische Qualität im Allgemeinen wurde nochmal deutlich verbessert. Wie ich das mitbekommen habe, gab es da wohl auf Hoth gerade extrem viele Probleme. Und das soll wohl durch das Update auch verbessert werden. Des Weiteren werden die KI-Einheiten teilweise gefixt, denn die sind manchmal einfach über den Boden geslidet oder teilweise auch irgendwie durch den Boden oder durch Wände gefallen, durchgeglitscht. Die Sichtbarkeit von manchen Effekten wird geändert, hat wohl gerade was mit größeren Distanzen zu sehen, dass man dann jetzt beispielsweise irgendwie eine Explosion über größere Distanzen nicht sehen kann, was dann irgendwie merkwürdig aussieht, wenn dann ein Panzer vor dir explodiert und da kommt keine Explosion, sondern der geht halt einfach kaputt. Ansonsten gab es wohl gerade auf der PC-Version an diversen Kühren im Raumschiff-Modus so weiße Würfel, welche in irgendeiner Form wohl halt Platzhalter sind, die dann halt eigentlich nicht für die Spieler sichtbar sein sollen. Die wurden dann jetzt entfernt und einige Kollisionsprobleme wurden behoben oder auch teilweise Probleme, wo sich das Spiel halt dann komplett gesoftlockt hat, wo man es dann nochmal komplett schließen und neu starten musste. Auf jeden Fall hier ganz viele allgemeine Sachen. Wie gesagt, wenn ihr das genauer wissen wollt, einfach mal selber in die Patchnote schauen. Des Weiteren teilen die Entwickler hier mit und das ist an sich eine ganz gute Nachricht, dass sie auch schon an einem weiteren Update arbeiten, also an einem zweiten Update. Dafür gibt es auch ein Formular, welches ich mal auch verlinken werde in der Beschreibung, denn da könnt ihr eure Probleme melden und den Entwicklern mitteilen. Diese werden das dann halt in ihre Fehlerlisten mit aufnehmen und im besten Fall relativ zeitnah dann mit diesem nächsten Update fixen. Was kann man denn abschließend zu diesem ersten Update sagen? Den Start des Spiels haben sie, wohl vor allem auf der PC-Version, ordentlich verhauen, aber immerhin scheinen sie ja relativ schnell zu reagieren und das Ganze dann irgendwo zu patchen. An sich ist das Ganze natürlich trotzdem schade, dass die Collection mit so vielen Fehlern und Problemen erscheint und sich das alles erst nach und nach verbessert. Im Endeffekt ist es wie so häufig in den letzten Jahren, dass man das Spiel wohl doch hätte eher wieder mal zwei, drei Monate nach hinten verschieben sollen, aber dafür dann halt fehlerfrei releasen. Naja, was meint ihr? Habt ihr viele Fehler bemerkt oder ist es bei euch eigentlich relativ gut mit dem Spielen? Und natürlich, was sagt ihr zu der Collection im Allgemeinen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Damit danke sehr fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.